Wenn du das nicht beachtest, wird dich deine Konkurrenz überrollen. Mit diesem Trick schaffst du es, dich von der Masse wirklich abzuheben. Und so erhältst du dann eigentlich den krassesten Wettbewerbvorteil. Konkurrenzkampf ist schon was Feines, aber man braucht die richtigen Waffen, die richtigen Sachen, um wirklich sich von der Konkurrenz abzuheben. Und genau darum geht es in dem heutigen Video. Wie kannst du dich von der Konkurrenz abheben? Ich meine, was kannst du machen, dass jemand dich als potenziell besten Anbieter in deinem Bereich wahrnimmt? Das ist ja schon eine Herausforderung, weil in den meisten Fällen wirst du ja nicht der Einzige sein, der irgendetwas anbietet, sondern es wird ja noch ganz viele andere geben. Das heißt, alle buhlen um die Kunden, alle wollen den Kunden. Und das macht es ja manchmal ein bisschen schwer. Also was kannst du machen? Ich habe mal so ein paar Sachen für dich zusammengetragen. Das klingt wenig spektakulär, wir machen es ein bisschen spektakulärer. Aber ich habe die ultimativ geilsten Tipps für dich, die du jemals brauchen wirst, in dieses Format gepackt, um dir wirklich zu helfen. Also, warum ist es erstmal wichtig, dich überhaupt von der Konkurrenz abzuheben? Weil ich könnte ja sagen, ich bleibe so wie ich bin, ich bin so wie ich bin und so wie ich bin, bin ich toll, klingt schön, aber funktionieren tut das meistens nicht. Also, wenn du dich von deiner Konkurrenz wirklich abhebst, dann bekommst du, musst dir vorstellen, wie so ein ganzes Feld von Konkurrenten und einer hebt sich ab, bleiben wir mal in diesem Sprachgebrauch. Einer geht so, fährt so nach oben. Das heißt, wenn ich als potenzieller Kunde auf diesen Markt blicke, dann sehe ich potenziell diese Person. Oder ich sehe nur so schwarze Mensch-ärger-nicht-nicht-Figürchen und ein Mensch-ärger-nicht-Figürchen ist rot. Welches dieser Figuren würde dir auffallen? Wahrscheinlich das Rote. Das heißt, eine erhöhte Bekanntheit, eine erhöhte Aufmerksamkeit führt in der Regel, nicht immer, zu mehr Kunden, mehr Umsatz und einem langfristigen Erfolg. Das heißt, mir ist ja immer wichtig, wenn wir über irgendwelche Sachen reden, dass wir auch darüber sprechen, okay, macht das jetzt überhaupt Sinn oder ist das völliger Quatsch, das zu machen? Genau. Wenn du mehr Bekanntheit bekommst, wenn du mehr Reichweite bekommst, geht das häufig auch einher mit mehr Trust, mehr Vertrauen. Warum? Weil die Leute davon ausgehen, dass jemand, der viel Aufmerksamkeit bekommt, viel Reichweite hat, über den viele reden, auch in irgendeiner Form relevant ist und wenn jemand relevant ist, dann ist er vielleicht für mich auch relevant, bei ihm etwas zu kaufen. Das heißt, eine starke Marke zu etablieren, ist ein Ziel im Marketing, was du immer verfolgen solltest und darum ist es halt extrem wichtig, das zu machen. Selbstreflexion und die Analyse deiner eigenen Stärken. Also, der erste Schritt, um sich von anderen abzuheben, ist, sich mit sich selber zu beschäftigen. Klingt immer ein bisschen bescheuert, aber ist so. Das heißt, du musst erst mal hingehen und sagen, welche Stärken hat mein Unternehmen? Also zum Beispiel kannst du eine SWOT-Analyse machen. Welche Ausrichtung hat mein Unternehmen? Was macht mein Unternehmen besser und anders als andere Unternehmen? Welche Faktoren spielen da eine große Rolle? Und dann auch selbstreflektiv zu sein und wirklich auch zu überlegen, okay, welche Stärke ist auch relevant? Also wenn ich zum Beispiel im Kreis tanzen könnte, dann ist es wahrscheinlich für meine Kunden kein relevantes Kriterium, dass ich im Kreis tanzen kann. Also das heißt, wie kann ich es schaffen, mich und mein Unternehmen hier sukzessive zu verbessern und eigene neue Dinge zu tun? Dabei solltest du natürlich auch den Blick darauf richten, welche Schwächen in irgendeiner Form in deinem Unternehmen anstehen. Also was ist in deinem Unternehmen, was vielleicht bei der Konkurrenz besser ist? Das ist eine ganz wichtige Betrachtung, das auch ehrlich zu machen und nicht so, bei mir ist alles besser, bei mir ist alles viel besser. Das bringt dich leider nicht weiter. Ein nächster großer Punkt, um sich von der Konkurrenz abzuheben, ist das Deep-Dive-Verständnis deiner Kundenansprüche. Was ist das, was dein Kunde wirklich will? Was ist das, was er wirklich haben möchte? Was ist das, was ihn wirklich interessiert? Und was sind Sachen, die ihm im Endeffekt scheißegal sind? Welche dieser Punkte kannst du in deiner Außenkommunikation dann anteasern? Weil oft ist es so, dass gerade Konkurrenz vielleicht bestimmte Merkmale kommuniziert. Ja, wir können das gut, wir können das gut, wir können das gut. Aber manche Sachen sind vielleicht für den Kunden völlig egal und spielen für den Kunden überhaupt gar keine Rolle. Das heißt, wie kannst du es schaffen, Verständnis zu erzeugen, Empathie und das zu nutzen, um die Merkmale und die Vorteile deines Produktes für den Kunden wesentlich greifbarer zu machen. Und das ist ein super wichtiger Punkt. Je größer das Kundenverständnis, desto maßgeschneideter sind die Lösungen, desto eher verkaufst du Produkte. Ganz wichtiger Punkt. Also, diese Bedürfnisse wirklich zu verstehen, zu erkennen und dann zu erfüllen und dann zu übertreffen. Das kannst du dir wie so eine Reihenfolge vorstellen. Kannst du dir mal hier aufschreiben. Du sitzt ja eh hier mit Stift und Blatt und schreibst dir hoffentlich alles auf, was ich dir mitteile. So, dann nächster wichtiger Punkt, Innovation. Wenn du in einem Marktumfeld bist, in dem es andere schon gibt, wird es auch eine Rolle spielen, wer weit vorne im Markt ist und wer potenziell nicht weit vorne im Markt ist. Also, Innovation, zu erkennen, welche Innovationen es gibt, welche Trends es gibt und wo dein Markt sich vielleicht hinentwickelt. Für mich ist, ich habe so einen Leitsatz, der heißt, Kreativität ist der Schlüssel für Innovation. Also, kreativ über Dinge nachzudenken und zu überlegen, wie kannst du etwas anders machen. Also, schau dir zum Beispiel mal an, wie macht deine Konkurrenz Werbung und überleg dir, wie kann diese Werbung, die die Konkurrenz macht, wie könnte die anders aussehen? Wie könntest du sie anders machen? Schau dir an, wie die Produkte deiner Konkurrenz aussehen und überleg dir, wie kannst du diese Produkte innovativer machen? Wie könntest du da vorgehen? Wie kannst du also mit kreativen Marketingaktionen dich auch abheben? Weil du hebst dich natürlich auch nicht nur durch dein Produktportfolio ab oder durch deine Art oder deiner selbst, sondern es gibt auch im Marketing so einen Ausdruck, der heißt zum Beispiel UAP. Unique Advertising Proposition. Also, wie hast du eine einzigartige Darstellung in deiner Vermarktung oder stellst Dinge in deiner Vermarktung heraus, die andere nicht herausstellen? Das ist nicht dasselbe wie ein USP, sondern es geht hier wirklich darum, diese Dinge anders zu machen. Wenn du übrigens nach coolen Marketingmöglichkeiten, nach coolen Ideen suchst, dann verlinke ich dir mal unser kostenloses Marketing-Report-Ideen-Super-Sammelsurium, nenne ich es jetzt mal. Da findest du 40 coole, kreative Marketing-Ideen, dein Marketing besser zu machen. Hier in den Shownotes, in der Beschreibung, in der Caption, wie auch immer man das neumodisch alles nennt. Also, Innovation. Nächster Punkt. Storytelling. Storytelling, also, wenn ich mich mit einer Firma, mit einem Unternehmen, mit Dienstleistungen identifiziere, dann ist es für mich relevant oder ich möchte gerne wissen, wie diese Produkte kreiert wurden, was sie mit mir tun, was sie mit mir machen und so weiter. Und all diese Dinge kann ich halt cool in Geschichten erzählen. Und wenn ich es schaffe, mit Storytelling eben eine emotionale Bindung aufzubauen zum Unternehmer, zu den Dienstleistungen, zur Personal Brand, dann hebt mich das hervor. Dann ist es nicht mehr austauschbar. Eine Geschichte ist immer greifbarer als die Aufzählung von Fakten. Und ergänzend dazu solltest du natürlich in dem Markt, auch das ist ein Schlüssel des Marketings, eine klare Positionierung haben. Also, das heißt, du solltest es schaffen, so im Markt positioniert zu sein, dass jemand deine Positionierung wahrnimmt und deine Positionierung auch für wertvoll erachtet. Weil, du musst dir halt vorstellen, alle sind halt auf diesem Feld, alle machen das Gleiche. Wie schaffe ich es also, dass jemand mich als dieses rote Ding da identifiziert, indem ich was anderes anbiete, aber indem ich auch eine klare Stellung einnehme. Das heißt, wenn dieses rote Ding die ganze Zeit rumwuselt und wird so auf diesem Feld rum und her schießen, dann habe ich halt das extreme Problem, dass das halt nicht wahrgenommen wird. Deswegen ist eine einheitliche und klare Positionierung super krass wichtig. Nächster Punkt, den Markt, das Umfeld, den Wettbewerb wirklich zu verstehen. Also, wirklich zu verstehen, okay, so sieht es aus, das ist das, was wir machen, das ist das, was wir anbieten, aber das ist eine wirklich tiefgehende Konkurrenzanalyse. Wie macht die Konkurrenz Werbung, wie ist sie positioniert, wie sind die Kundenavatare, was unterscheidet die Konkurrenten, die Kunden deiner Konkurrenten von deinen Konkurrenten. Und auch eins meiner Lieblingsthemen, warum kauft jemand nicht bei deiner Konkurrenz, was sind die Nicht-Kunden deiner Konkurrenz, also warum kaufe ich nicht bei den anderen und kaufe dann vielleicht bei Felix. All diese Dinge spielen eine extrem große Rolle, machen einen ganz, ganz großen Punkt aus, den dein Unternehmen oder der dein Unternehmen dann wachsen lässt. Daneben gehört aber zu einer richtigen Marktforschung oder zu so einer richtigen Wettbewerbsanalyse auch, dass du die Trends und die Chancen in deinem jeweiligen Markt erkennst und ein Gefühl dafür hast, okay, was passiert denn da eigentlich gerade? Was sind so die nächsten Sachen? Weißt du das jetzt? Also nimm dir mal ein Blatt, schreib mal auf, weißt du jetzt ganz konkret, was in deinem Markt die nächsten Schritte sind? Was sind in deinem Markt die nächsten Punkte? Was passiert in deinem Markt als nächstes? Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, dass du das enthüllst, ja, sichtbar machst, weil wenn du diese Sachen vor anderen nutzt, Chancen erkennst, Trends nutzt, dann kommst du in dieses, was man im Marketing First Mover nennt, also dann bist du so der Erste, der so ein Thema auch besetzen kann und dann wissen alle, ach krass, ja, einer der Ersten, die das und das gemacht haben, das war doch der und der. Letzter Punkt ist zu verstehen, dass auch du dich als Person ständig weiterentwickeln musst. Das ist das, womit es dann bei den meisten scheitert. Die machen dann 100 Jahre lang das Gleiche und erwarten unterschiedliche Ergebnisse. Du musst hingehen und überlegen, okay, wie kann ich mein Unternehmen weiterentwickeln? Wie kann ich die nächsten Schritte in meinem Unternehmen gehen? Was kann ich tun und machen? Und wo kann ich mich auch als Person weiterentwickeln? Also was kann ich da tun? Wo habe ich Entwicklungspotenziale? Weil gerade wenn das Unternehmen noch sehr stark von dir auch abhängt, ist es ja sehr wichtig, dass du dich weiterentwickelst, weil wenn du dich weiterentwickelst, entwickelt sich auch das Unternehmen weiter. Und das ist manchmal ja gar nicht so super kompliziert. Von Seth Godin gibt es ein schönes Zitat, was dazu passt. Die einzige Möglichkeit, in der heutigen Welt erfolgreich zu sein, besteht darin, bemerkenswert zu sein, anders zu sein und von den Menschen bemerkt zu werden. Und bemerkt werde ich vor allem dann, wenn ich auffalle, wenn ich anders bin. Also such genau nach den Sachen, die dich besonders einzigartig machen und von der Konkurrenz langfristig abheben. Schreib mir doch mal in die Kommentare. Würde mich total interessieren. Wie hebst du dich von der Konkurrenz ab? Oder anders formuliert, was macht dich einzigartig? Wir gucken uns die Sachen mal an, wir geben dir auch gerne Feedback, aber was hebt dich von der Konkurrenz wirklich ab? Schreib es mal in die Kommentare. Schön, dass sie eingeschaltet haben. Du sollst den Kanal abonnieren und einen Kommentar sollst du da lassen. Komm, yalla, voran jetzt.